Montes macht in Chile und in Argentinien von sich reden. Das beweist mal wieder, dass Qualität sich überall durchsetzt. In Argentinien hat er sich auf die Rebsorte Malbec spezialisiert, die auch gleichzeitig die Leitsorte Argentiniens ist. Gerade beim Rosé zeigt die Rebsorte ihren ganzen Charm. Dieser Wein hat viel Malbec-Frucht, eine zarte Würze, eine milde Säure, einen kräftigen Körper und ein feines Spiel. Da schmeckt man, was im Malbec noch alles stecken kann.